Hi, Leute und willkommen zu einer neuen Folge Wormies mit Avon King. Hallo. Ja, wir spielen jetzt eine Runde. Er lädt mich hoffentlich ein. Ja, ich muss nur mal kurz sterben. Ich war eben 45.000 groß. Das war ein neuer Rekord. Ich war zweiter Platz. Oh, das war hart, Junge. Das war einfach nur hart. Und dann wurde ich von so einem kleinen Schlingel getötet. Sag mal, wie kann man... Und dann wurde ich von so einem kleinen Schlingel getötet. Wenn du dabei traurig bist, dann steht der unter dem scharfen Ball und einmann. Oh, ja, ich bin schon. okay 3. 3. 4. 4. 32. 31. 32. 33. 33. 33. Ich bin tot. Achso. Also wollen wir mal in einem Weekend-Tent-Mode? Das ist eigentlich fast genau das gleiche wie das hier, auch mit den Würmern. Aber ich habe noch einen anderen. Einen anderen. Welcher? Der heißt... Der ist auch ganz gut. Äh, Sogaus oder Scouse. Scouts, glaube ich. Scouts. Ich lade dich einfach mal ein. S-C-O-U. Ja, mach das mal. Beitreten. Bei Beitreten. Das ist halt meistens immer die Lobby, die ist meistens leer, ja. Die ist meistens leer. Oh geil, jetzt können wir uns mal treffen. Und da habe ich vorne in der vorherigen Aufnahme auch, war ich einfach erster Platz mit First Drive. Ist eigentlich richtig... First Drive! Guck mal, wir sind zu sechsten einer Lobby. Ist die Lobby nicht voll? Oh geil, wir sind zu sechsten einer Lobby. Ich frage mich, wer erster wird. Ne, ernsthaft? Ich habe den eben schon gesehen. Guck mal. Ach, sieben, acht. Es werden mehr. Es werden mehr. Boah, ich bin zweiter Platz, Junge! Ich bin zweiter Platz! Und ich habe noch nicht mal jemanden getötet! Jetzt sind wir wieder zu sechst, jetzt wieder zu siebten, jetzt bin ich vierter, ohne was zu machen. Ich war eben kleiner als die Standardgrößter und war vierter. Ich habe gerade den Größten getötet. Das war einfach easy. Jetzt bin ich erster. Oh mein Gott, Flood Giant ist hier! Hier, ich bin's! Und du bist... Und ich bin dritter. Komm, warte, ich fahre in dich rein. Huim! Frisch mich! Frisch mich! Wo bist denn jetzt schon wieder? Fünfter. Jetzt bist du... Jetzt bist du... Äh, dritter. Oh, ich bin schon wieder hier! Frisch mich! Frisch mich! Frisch mich! Frisch mich! Frisch mich! Ja, warte mal kurz. Nie, auf! Komm, ich... Komm, ich... Komm, ich frisch mich, frisch mich, frisch mich! Frisch mich! Ich höre dich gerade zwar nicht, weil ich gerade meine Kopfhörer fallen gelassen habe, aber ich habe gehört, dass du irgendwas geschrien hast. Frisch mich! Und ich wusste, das ist das Thema. Guck mal, man versucht mich gerade zu töten, obwohl ich abkam, aber das meine ich. Das kann man fressen, oder? Das kann man fressen! Nein! Soll ich den töten? Soll ich Rache machen? Ja. Ja. Sag mal, Flojo, was hast du eigentlich noch alles für andere Spiele? Äh, Stella Over... Ja, toll, ich ist Legnam ganz kurz nicht mehr tot. Äh, Stella Overload. Das hat doch mal so ein Chaos-Slow gespielt. Ach, Stella Overload. Ja. Ich habe das einfach schon... Vielleicht hast du auch... Weil es noch eine Beta ist, habe ich es einfach an einem Tag durchgespielt. Ich sag dir, vielleicht hast du auch demnächst... ...Terraria. Ja, ich wusste es. Aber auch nur vielleicht. Ich muss mal gucken. Gehen wir mal zusammen eine Welt aufmauen. Auf Bauer. Ja, können wir doch mal gucken. Weil da gibt es auch, glaube ich, den Moon Lord, oder? Äh, ja. Terraria ist Vollversion. Da gibt es alles, was auch auf der Playstation gibt. Ja, Playstation. Da gibt es eher weniger als auf dem PC. Ja. Aber ich sagte, die Mops sind so um einige schwerer. Ja, kommt eigentlich drauf an, ne? Und welche spielen du die? Normal? Ja, also... Ich spiele mal auf normal. Also auf Easy sind die Bosse schwerer, auf normal sind sie gleich stark, aber auf schwer sind sie viel schwerer. Ich meine, ich... Ich hab mit dem... Ich brauchte bei normalen Mouch... Da bist du! Ähm... Äh... Ah! Fällst du mich eigentlich... Fällst du mich verarschen? Ich hab mir vor jeden hier getötet gerade. Ich bin dritter. Komm. Echt, echt? Ich krieg hier einfach keine Kills. Ich bin jetzt oben in der Mitte circa. Ich soll... Ich kann mal das mal in der Mitte von der Map treffen. Okay, komm. Oh! Nein! Wir haben uns beide... Jeder stirbt hier einfach. Ohne Witz, wenn du das sehen könntest... Ich bin... Ich hab das Spiel einfach gerade gestartet, bin direkt in jemanden reingefahren und wir beide sind gleichzeitig gestorben. Äh... Ich bin zwar gerade nicht gestorben. Nein, ich und so ein anderer Kerl. Ach so, ja, wenn man... Wirklich, ich wüsste... Ja. Wenn man gegeneinander sich reinfährt, dann passiert das. What the fuck? Wo bist du denn gerade? Ich bin in der Mitte von der Map. Wir sollten die Map mal kleiner machen. Und jetzt die kleinste. Das ist... Oh mein Gott. Ja, hier sind auch bestimmt wenig Leute online. Hi... Hi... Hi, halt. Du, 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 du... Spies, dich... Oh, ich hab den größten! Hier ist der größte! Ich versuch... Ich töt... Ich versuch ihn mal zu töten. Ja, wenn die Team machen, ne? Ja, getötet, getötet, getötet. Einfach instant beide getötet. Ich hab beide getötet. Mal gucken, wie ich bin der jetzt das größte. Ich hab dich einfach instant gefressen. Ohne Witz! Ich fordere so lange und du... Ich hab dich vorher gar nicht gesehen. Meine Masse ist einfach... Ohne Witz, wenn ich... Deine Masse ist einfach zu fett. Ja, meine Masse ist... Ich bin tot. Fett. Meine Masse ist jetzt... Hello, darkness is my friend. Meine Masse war eben 3... 3.500. Ich hab dich gefunden. Ich dich auch. Wollen wir ineinander fahren? Wollen wir fahren ineinander? Battle... Battle der Giganten. Ach, da kann man auch reinfahren? Ich wusste gar nicht, dass man da auch reinfahren kann. Alles klar. Ich hätte schon 10.000 Kits machen können, wenn ich das gewusst hätte. Ja, wenn du schnell bist. Wenn du ganz schnell bist, ne? Dann kommt ja hinter dir so eine Spur. Ja, dann zieht man so eine... Ja, wenn die da reinfahren. Genau, ich dachte, die wäre einfach... Ja, ich dachte, das wäre einfach irgendwas anderes. Ne, wenn die da reinfahren und sterben. Das finde ich für mich... Für mich ist das einfach der einfachste Spielmodus. Den krieg ich einfach jeden. Durch den Spielmodus habe ich auch die 1.000 Coins bekommen. Na gut. Der wird immer wieder Erster, ne? Der hat noch... Ich bin Dritter. Ja, du bist aber auch nicht der Größte. Ich bin winzig. Oh mein Gott, ich hab... Oh, du Pisse! Pisse! Das ist so ein Arschloch. Ich kill diesen fetten Jungen und du frisst mich! Eine Frage. Ab wie vielen Jahren kommt dieses Video aus? Ich schwöre dir! Ich werde dich umbringen! Oh mein Gott, das hab ich gesehen! Und der Kerl hat dich insgesamt... Ist er doch schon wieder her, das ist wieder der Hoppmax. Ich bin jetzt einfach so lustig, ne? Oh Mann, aber es ist doch eigentlich einfach. Ich hab schon wieder den nächsten Video. Guck mal, ich bin Zweiter. Ich sehe den Hoppmax. Bist du bei Hoppmax in der Nähe? Ohne Witz! Also ich griff das Scheiße! Das hat dich ganz getötet. Ja. Ich war dabei. Echt, ich hab fünf Leute getötet! Jo, die machen Team, die machen... Und das lass mich, die sagen! Die machen Team! Oha, die machen Team. Junge, wir machen auch Team! Ja, aber ich töte dich. Recht. Ich spür dir, wenn ich dich finde, ich bring dich um. Du wirst mich aber auf dem Map nie wiederfinden. Und wenn, dann bist du hier gleich wieder tot, weil du nicht reinfährst. Nee, Spaß, wo bist du denn? Unten in der Nähe. Unten rechts in der Nähe. Oh, hi! Oh! Du wirst dich niemals zurückbekommen. Niemals. Was? Ich dachte, ich würde dich niemals totbekommen. Ich komme her, ich schwöre. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt her. Schabot, Max! Ich sagte... Oh, nein! Ich sagte, selbst wenn ich mehr als die Hälfte meines Gewichts verloren habe, hat es sich gelohnt. Und der ist sogar noch in mein Ding ins Reingefahren. Ich bin wieder unten in der Mitte. Wo bist du denn jetzt? Ich bin in der Mitte. Ich bin komplett in der Mitte. Ich habe nichts. Guck mal, wie klein ich bin. Ich kann nicht mal mehr Speed machen. Ich bin zu klein. Ja. Oh, du... Ich hätte fast jemanden umge... NIEIN! Juhu! Ich habe meine Sachen eingesammelt. Ich habe meine Sachen eingesammelt. Ich habe meine Sachen eingesammelt, ne? Ja, ich habe... Da ist schon wieder jemand gestorben. Und schon wieder. Alter, Junge. Du bist doch gerade der größte gestorben. Ich bin... 3200 groß. Hallo? Ich bin der da hinter dir. Ich... Willst du mich eigentlich nicht verarschen? Ich bin gestorben. Ja, voll den. Karma! Alter, ich... Ich habe ja nicht mal die Spur gemacht, ne? Du bist einfach so gestorben. Kann es sein, dass ich ein bisschen am Rand dreh? Nein. Just do it! Die fahren einfach in mich rein, ohne dass ich irgendwas mache, ne? Yay. Da ist gerade einer. Okay, der... Okay, der... Kann es sein, dass er ein bisschen pervers ist? Da frisst dich gleich auch. Nein, nein, nein. Ich habe ihn schon getötet. Guck mal, ich bin erster. Ja! Ich bin schon wieder gestorben. Ja, mal gucken. Ich gehe jetzt in die Mitte, ne? Ja, ich habe dich gesehen. Ja, ich dich auch. Hi! Willst du meine eigene Verarschen? Was? Nein! Ich habe dich ja gar nicht getötet. Ich bin jetzt zu Level aufgestiegen. Passiert, wenn du mal nicht auslacht. Ich bin jetzt zu Level 66. Ich würde sagen, ich schneide das so zusammen, ne? Das Video. Damit es schön lustig wird. Wo bist du denn gerade? Du hast gar keinen Skin, ne? Du hast gar keinen Skin. Du bist einfach nur rot. Ja. Lass den mal... Rot wie cool. Lass den Kerl mal töten. Rot wie cool. Yes. Nein! Ja! Und ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, wie man sich so gegenseitig töten kann. Ich habe die Sachen von uns gefunden. Ich habe mich gefressen, aber ich bin der Zweite. Ja, ich habe es gesehen. Hallo. Komm her, ich gebe dir was ab. Ich schwelle. Yay. Yum. Yum, 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 yum. Oh nein, da kommt jemand, da kommt welche. Ja! Nein, ich habe ihn. Oh mein Gott, wie fett ist der denn drauf? Und das ist noch nicht mehr der Größte. Ich bin jetzt unten, ne? In der Mitte, meine ich. Ich habe dich gesehen. Du bist gerade gestorben. Ja. An den großen da. Oh, und jetzt können... Ich wünschte, wenn man jemanden umbringt, würde man einfach seine Punkte bekommen. Bekommt man ja auch. Ach so, damit man... Ja, aber nur wenn man sie einfrisst. Dass man die sofort bekommt. Genau. Genau. Willst du meine eigene Forschen? Ich bin jetzt wieder in den Wiedern der Map, ne? Ja, ich bin gerade irgendwie Rage Mode. Rage Mode activated. Leute, aus welchem Spielzitat war das? Schreibt es in die Kommentare. Es wird keine Antworten, glaub mir. Ich weiß. Einmal an die Hater da draußen. Ihr wisst schon, dass wenn ihr auf meine Videos klickt... ...versucht es zu verstehen. Dafür kriege ich Geld. Hallo. Hi. Hoi. 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 Du hast alle getötet! Oh mein... Ich komm mal her. Gib mir was ab oder ich töte dich. Wo bist du? Bist du in der Mitte? Ja. Ja, da bist du. Komm her. Gib mir was ab. Du hast gerade ihm was abgenommen. Glaub mir das nicht. Ich töte ihn mal. Du kriegst es doch. Nee, der ist ein bisschen nervig. Ich glaub, den töte ich immer. Ja, so. Da kommt noch jemand. Oh, da kommt jemand. Aber wir töten uns gegenseitig nicht. Damit das klar ist. Die sterben ja einfach alle. Hallo. Ich hab was für dich. Warte, komm mal her. Oh, das... Das ist so... Ohne Witz. Ich könnte dich so einfach töten. Ich dich auch. Aber ich mach es nicht. Weil ich freundlich bin. Wollen wir kämpfen? Okay. Nein! 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 Ich hab nicht mehr was gemacht. Hey, ich bin Level 21. Wuhu! Und du bist wegen mir Platz 1 zu Pisser. Du bist auch in mir irregefahren. Wie kann man eigentlich die Skins ändern? Ich weiß das gar nicht. Alle sind tot. Alle sind tot. Alle sind tot. Alle sind tot. Er ist ganz viel Futter. Ich will Futter. Ich hab Futter gefunden. Ich weiß. Ich hab eine Frage. Ich hab eine Frage. Hast du... Alle sind gestorben und... Eine Frage. Hast du Minecraft auf dem Computer? Ja. Ich hab Minecraft überall. Ja, wollen wir gleich mal zocken? Wir können nachher versuchen, mal das aufzunehmen. Aber ich glaube, mit dem Aufnehmen geht das nicht so richtig. Oh, Katze. Müssen wir mal gucken. Wenn ich dir nicht sterbe. Ohne Witz bei mir ist. Oh, Katze. Oh, Katze. Das ist die beste Taktik. Kann man nämlich sterben. Oh, Digger. Bin tot. Ich mach mal kleinen Cut in die Aufnahme. Ah oh. Hier. Ja.